Nach diesem Video wirst du die besten Vorbereitungstipps für das Abitur 2019 in Religion, Ethik oder Philosophie haben. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Rallye habe ich leider nicht im Abi gewählt, ja mein Bruder hat das gemacht, ich muss sagen, das ist echt eine smarte Wahl. Also wenn ich es wieder machen könnte, nein, Wirtschaft und Physik hat mir schon mehr Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz war ich in Rallye einfach immer sehr, sehr gut, es hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Und deswegen jetzt meine besten Tipps, wie du auch in Religion das Abi richtig gut rockst. Erstens, alles auf dich beziehen. Egal ob Religion, Ethik, Philosophie, es werden immer irgendwelche Prinzipien, wie man sich verhalten sollte, was richtig ist, was man könnte und so weiter. Und das kann für viele super theoretisch und total abstrakt wirken und dementsprechend super langweilig. Was aber extrem spannend wird, ist wenn du anfängst das Ganze auf dich selbst zu beziehen. Ja, also wenn es in, keine Ahnung, Religion um irgendwelche ethischen Leitlinien geht, dann stell dir auch die Frage, lebst du selbst nach diesen ethischen Leitlinien? Bist du mit diesen Leitlinien d'accord? Warum? Warum nicht? Versuch das einfach auf eine persönliche Ebene zu machen, weil unser Gehirn merkt sich immer die Dinge, die für uns persönlich relevant sind. Und nichts ist für uns relevanter als wir selbst. Das heißt, wenn du den Stoff zu einem Teil von dir machst, ist eigentlich garantiert, dass der auch wirklich drin bleibt. Zweitens, Kurz-Stories zum Auswendiglernen. Solltest du, keine Ahnung, die 10 Gebote lernen müssen, irgendwelche ethischen Definitionen, keine Ahnung, was man in der Philosophie alles macht, gibt es für mich irgendwelche Aufzählungen. Also immer wenn es um Aufzählungen geht, dann nutz dafür unbedingt Geschichten. Also wenn du quasi 10 Items, sagt man, im Gedächtnistraining auch hast, also keine Ahnung, irgendwie 1. Geburt, 2. Geburt, 3. Geburt, 4. Geburt, bla bla bla. Und du musst jetzt alles merken, ist das super schwierig. Dann versuch quasi das Hauptwort aus der jeweiligen Liste zu nehmen, also was immer das Hauptwort halt bei dem 1. Geburt ist, beim 2. Geburt, ich kann die nicht mal. 3. Geburt, 4. Geburt und so weiter. Und dann versuchst du quasi die ganzen Wörter miteinander zu knüpfen. Ja, ich nehme jetzt einfach mal, das kann man zum Beispiel auch bei einer Einkaufsliste machen, ja, das fällt mir jetzt ein. Zum Beispiel, wenn du anfängst mit, du wirst Bananen kaufen, ja, dann fängst du an mit, ähm, es war einmal ein Affe, der genüsslich in eine Banane biss. Dann willst du noch, ähm, einen Joghurt kaufen. Dann, als er zum 2. Mal abbisst, trat er in einen fetten Joghurt. Dann willst du noch Salat kaufen. Dann ist er auf dem Joghurt ausgerutscht und ist in ein großes Salatbeet gefallen, ja. Ja, dann brauchst du noch Brot, ja. Dann ist er mit der Schnauze auf den Boden gefallen und neben ihm lag ein Brot. Er sah dieses Brot an und es war gigantisch groß. Also, äh, hatte er Angst davor und wurde rot wie eine Tomate, ja. Also, wirklich, je behindert er das, das war alles komplett früßer, ja. Je behindert du das machst, desto witziger, ähm, und desto besser merkst du es dir auch. Und da kannst du gerade, wenn du denkst, boah, dann muss ich irgendwelche Aufliste und Ausgleich lernen, das super spaßig gestalten und vor allem auch richtig gut und richtig schnell lernen. Drittens, such dir einen Lernpartner. Ihr wisst, ich bin grundsätzlich kein großer Fan davon, irgendwie mit anderen Menschen zu lernen, weil ich der Meinung bin, das ist einfach nie produktiv. Aber gerade, wenn du dir einen Stoff schon ganz gut angeeignet hast, würde ich das unbedingt empfehlen. Auch nicht in einer größeren Gruppe, sondern wirklich im Zweierformat, wirklich, wo man so back and forth, also hin und her, ähm, sehr intensiv über die Dinge diskutieren kann, ist, glaube ich, super wertvoll. Weil, wenn du so viel mit der Person, ähm, diskutierst, ist quasi das Stoffverständnis schon gegeben. Dann geht es quasi bloß noch über die Meinung. Sprich, ihr befindet euch die ganze Zeit eine Ebene darüber, über dem, was ihr eigentlich können müsst. Und so ist dann die Klausur, egal was da gestellt wird, super einfach. Und gerade, wenn du dann, was in, ähm, Religion, Ethik, Philosophie ja verstärkt dran kommt, dass du Dinge auch bewerten musst, deine eigene Meinung dazu abgeben sollst, dann, ähm, bist du da einfach super gut gewappnet. Und deswegen in Religion, Philosophie und Ethik unbedingt mit Lernpartnern lernen. Viertens, andere auswendige Strategien finden. Man muss in diesen Fächern auch viele Dinge auswendig lernen. Und ja, da möchte ich einfach mal ein, ein, natürlich ist das mit dem Story-Ding, was ich euch erklärt habe, super, super gut. Das funktioniert halt zum Beispiel sehr gut für Auflistungen. Aber es gibt immer wieder verschiedene, ähm, Arten und Weisen, wie man, ähm, also bei, unter welchen Stoffkonstellationen man welche Lerntechnik am besten anwendet. Vor allem, wenn es um so Merkstrategien geht. Ja, deswegen unbedingt an der Stelle einfach mal aufruft, googelt mal wirklich aktiv danach. Googelt, ja. Ihr braucht nicht nur meine Videos, es gibt im Internet auch supergeile Informationen, einfach auch kostenlos. Nutzt die, nutzt die, nutzt die, um euch einfach, versteht ihr, dann lest du 20 Minuten was durch und dadurch sparst du jeden Tag eine halbe Stunde beim Lernen, ja. Und wenn du dann 30 Tage lernst, dann hast du einfach mal, keine Ahnung, 15 Stunden deines Lebens gespart, nur wenn du eine 20 Minuten Google-Recherche gemacht hast. Also das bitte auch unbedingt umsetzen. Fünftens, Inhalte gehoben ausdrucken. Wenn man sich den Stoff genau anschaut, ist der nicht wirklich komplex. Trotzdem geht es eigentlich um sehr hohe Themen. Und gerade wenn du in einen hohen Punktebereich, wie sogar 15 Punkte kommen möchtest, dann ist es einfach super entscheidend, dass du die vielleicht gar nicht so komplexen Themen, dadurch, dass sie trotzdem hohe Gedankengänge beinhalten, dass du diese auch erkennst und es dann auch dementsprechend formulierst. Also du kannst die 10 Gebote einfach ganz simpel ausdrücken, ja, und sagen, da steht halt das, da steht halt das, da steht das, das. Oder du sagst, im Ersten steht aber, babababam. Das kannst du natürlich gerade im Mündlichen extrem gut, ähm, ja, rüberbringen. Aber auch im Schriftlichen. Achte ein bisschen auf deine Formulierung, wie du das Ganze darstellst, in welchem Kontext du das ganz einbaust, welche Beispiele du verwendest, ja. Sag dir einfach so ein richtiges Basic-Beispiel, auf das jeder gekommen würde, sag dir einfach irgendwas, wo man merkt, okay, diese, diese Gesetze, Prinzip, keine Gedanken haben eigentlich eine höhere Bedeutung und das ist einfach so, ähm, ja, mega, mega wichtig. Ja, das war's. Ähm, 5 Tipps sind durch. Denk dran, wenn du gern maximal gecoacht werden möchtest für die Oberstufe oder auch vor allem kurz vorm Abitur, dann geh einfach unter diesem Video auf den ersten Link, da kannst du einfach deine Daten angeben, wir werden uns bei dir melden und dann werde ich vielleicht dein persönlicher Coach. Also einfach unten draufklicken und ansonsten denk dran, ich glaub an dich, wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene, no. My city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.